Nach dem Nachdenken 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 Wie war ich denn? Bei mir besser Bei mir besser und du hast mir immer besser gesagt Du bist Smoke that was seen emanating from an office on 9th floor and immediately we mobilized the response team that got here within less than 2 minutes and they were able to extinguish the fire. So far we've not been able to know the course of the fire and the investigation team is already here. And they're going to undertake full investigation to let us know what actually transpired. Das ist LREB von der Stadtkommissionen, Minister von Landen von der Stadtkommissionen und der Plänen Office von der Stadtkommissionen. Das sind die offices die haben geflüchtet. Aber weil wir schnell antworten sind, das ist das, warum es nicht verbreitet zu den anderen offices gab. Der Feuer war auf der 9th Flur. Wir haben zwei Räume sehr viel mit Feuer verletzt. Wir haben die Räume und verbreitet den Feuer in 10 Minuten. Aufgrund der Feuer, wir haben es, dass es ein elektrisches Schott-Circuit hätte, aber es ist noch nicht weitergegangen ist.